Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren hier aus meiner Wohnung und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich Wattendatten, wo ist die Partyfolge von Madeira? Um es kurz zu sagen, durch eine Zusammenkunft, einer Unachtsamkeit von mir und Technik Shit Happens, wird es die nicht geben. Das gesamte Material, ich hatte sie fertig gerendert, ich hatte alles schon fertig. Ich kuschle hier mit dem Baum. Ich sitze hier etwas ungünstig, weil ich die Wohnung nicht aufräumen wollte jetzt extra und das mit dem Vorhang da hinten, das klappt gerade so. Aber jetzt habe ich hier den Baum im Gesicht. Egal. Ja, was ist passiert? Also ich hatte die Folge schon fertig gerendert gestern Abend und war kurz davor sie hochzuladen. Wollte sie dann von der SSD auf eine reguläre Hartdisk rüber schieben und ja, dabei ist was schiefgegangen. Und hier mal eine Warnung an alle Leute, die wie ich die SSDs zu schätzen gelernt haben. Verschiebe niemals von einer SSD etwas irgendwo hin, weil die Trimfunktion, das ist so ein Ding, muss ich jetzt nicht erklären, sorgt dafür, meine Augen glitzern so komisch, weil ich hier die Lampen rundherum gestellt habe, um wenigstens Wischenlicht zu haben. Diese Trimfunktion sorgt dafür, ja, dass herkömmliche Datenrettungsprogramme, wir haben alle schon mal irgendwie Undelitprogramme genutzt, weil wir irgendwas aus Versehen gelöscht haben. Die funktionieren da leider nicht. Es wird zwar immer gezeigt, so von wegen, ja wunderbar, die Daten konnten gerettet werden. Wenn du aber reinguckst, sind das Dateien, die exakt die Dateigröße der Originaldatei hatten, aber mit Nullen gefüllt, also null Informationen. Ja, können wir vergessen, wie ihr mich kennt, über verschüttete Milch zu heulen, ist nicht so ganz meins, aber es ist natürlich schon. Wenn es jemandem leid tut um diese Sache, dann mir, weil ich habe da mindestens zwei Wochen kontinuierliche Arbeit reingesetzt. Ich habe mir so viele schöne Sachen ausgedacht, die ich euch jetzt gar nicht sagen werde, weil sonst seid ihr genauso traurig schwierig. Ja, ich bin einigermaßen traurig. Ich meine, das war eine Arbeit und war ein Event und das ist jetzt einfach weg. Tja, können wir aber nichts dran machen. Ich kann euch jetzt nur versprechen, weil ihr so lange warten musstet, weil ich lustiger Kerl ja auch noch hergegangen bin und gesagt habe, das kommt nicht raus, eh das Wilma Poppenalbum draußen ist und das hat sich dann ja auch gezogen und so weiter und so fort. Ja, deswegen musstet ihr jetzt eh schon lange auf die Fortsetzung der Madeira Serie von 2014 warten und ja, ich werde zusehen, dass ich die nächste Folge, wo es von der Ära do Cerrado, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von so einem Plateau runter tatsächlich nach Choralas Freiasch geht. Wird auch witzig. Ähm, ja Leute, also auf der einen Seite ist es natürlich ärgerlich, auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, ich habe so oft darüber nachgedacht, ob ich das hochlade, weil, ja, ich sage mal, okay, ich war da einigermaßen angesoffen. Das war zwar nicht so peinlich, dass ich jetzt unbedingt vor Scham im Boden versinken wollte, aber ich habe doch lange Zeit darüber nachgedacht, soll ich diese Folge rausbringen? Nein und ich habe jetzt keinen Rückzieher gemacht, auf gar keinen Fall. So, ja, auf jeden Fall werde ich zusehen, wir haben noch drei volle Tage Madeira von 2014, dass ich das jetzt ganz schnell rausprügele, auch wenn die Leute auf das Similium Album warten, auch wenn andere wiederum auf ein neues Alien Sony Album warten, das ist mir alles komplett Wurst. Äh, wir machen jetzt erstmal weiter mit Madeira 2014, damit die Serie auch mal abgeschlossen ist, weil wir haben ja noch einiges auf der Liste. Ja, ich habe noch ordentlich Videomaterial, wir kommen super durch den Winter. Da wäre, also einmal jetzt noch die drei Tage, drei vollständigen Tage der 2014er Madeira Serie, dann waren wir ja schon wieder auf Madeira dieses Jahr. Da wartet auch noch eine ganze Serie auf euch mit einer Menge lustiger Sachen. Ähm, dann haben wir ja noch die Schalseerad-Tour am Laufen und von der Schalseerad-Tour haben wir jetzt gerade erstmal zwei Teile. Der erste Tag, da bin ich geradelt, was das Zeug hält, habe nicht viel gefilmt, nicht viel gesagt. Und, äh, der zweite Tag, da hatte ich mal wieder die typische Müdigkeit, äh, der Radtouren. Immer am zweiten Tag. Und deswegen geht es ja jetzt eigentlich erst richtig los, denn der dritte Teil, ja, der wird richtig witzig. Ähm, da war ich auch, ähm, ja, in voller Form und wird euch gefallen, denke ich mal. Arbeite ich auch schon dran. Und dann habe ich ja dieses Jahr auch noch eine Radtour an die Nordsee gemacht. Fast 400 Kilometer wären es, es wären wahrscheinlich 400 Kilometer geworden. Auch das ist nicht ganz so geendet, wie ich das vorhatte. Die Leute von Facebook, äh, also wissen das schon und diejenigen, die auch sonst so ein bisschen mit mir in Kontakt sind. Ähm, für den Rest behalte ich einfach mal den Überraschungseffekt drin, ne. Äh, ich kann nur sagen, die Reise ist nicht ganz so geendet, wie ich das wollte. Äh, da ging was schief. So, also nochmal. Tut mir leid um die Partyfolge 4 & Loving in Kamerade Lobosch. Ich habe euch so heiß darauf gemacht und, äh, meine Handvoll Zuschauer da draußen, ja, ich kann es verstehen, wenn ihr jetzt sauer seid, aber, äh, Technikprobleme können halt mal passieren. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, um mal einen blöden Karnevalssong zu zitieren und Malina wird mich dafür hassen, weil sie hasst das Ding. Ja, ich hasse Karnevalsmusik und schlage auch, äh, aber wenn ein Spruch schon mal gut ist, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. So, und in diesem Sinne sage ich ganz einfach mal Tschüss. Ähm, wir sehen uns dann demnächst wieder. Äh, ich will sowieso noch so ein paar Videos machen, wo ich einfach nur in die Kamera quatsche. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt oder ob, äh, ihr dann den Kanal deabonniert. Ich will ja nicht noch mehr von meiner Handvoll Zuschauer verlieren. Hundert Abonnentenfreunde nach vier Jahren. Jeder andere hätte da schon längst aufgehört. Aber für mich gibt es sowas wie Aufgeben nicht. Und ich mache das ja hauptsächlich auch, weil es mir Bock macht. Und, äh, ja, wenn es auch noch ein paar anderen gefällt, ist das in Ordnung. Aber Motivation ist das nicht. Und jetzt bin ich natürlich momentan in ziemlichen Motivationstief durch diesen kleinen Datengau. Egal. Wir sehen uns bald wieder. Und vor allem, ihr seht viele, viele, viele schöne Videos, die ich gemacht habe. Also bis dann. Ashtalavishta, Baby!